Schade Stand, ne. Ne, die Säule hieß. Mich interessiert. All right, it's time to see you later. I bet. All right, let's go. Naja, das Spiel wird beim höheren Schwierigkeitsgrad im Grunde nicht schwerer, sondern einfach nur länger. Im Grunde, außer bei Posten, da hat es schon einen Effekt. Das Spiel wird beim höheren Schwierigkeitsgrad. Die Säule ist der Grunde nicht mehr. Die Säule ist der Grunde nicht mehr. Der Grunde ist der Grunde nicht mehr. Aber es ist der Grunde nicht mehr. Oh, okay, doll. Danke. So. So. Einmal wieder ein Kampf, sonst wird's ja zu langweilig. Die Katzen sind wieder zurückgekehrt, glaub ich, oder? Ich glaube, so war das irgendwie. Ja, wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wir müssen sie holen, bevor Jürgen uns findet. Otherwise, Dinge werden nicht schön sein. Kurz speichern. Gott, ich hab lange nicht gespeichert. Also. Wann jetzt schon gleich eine Stunde. Was mach ich damit? Tut mir leid, wir führen hier streng geheime Experimente durch. Da darf ich euch nicht durchlassen. Hm. Das heißt, die alles abklappern. Moin Toko. Das heißt, hier ist nun mal kurz. Okay. Und wiederum, für meine eigenen Selbstbewusstseins, ich werde euch zerstören alles, was wichtig zu dir. Es tut mir leid. Entschuldigung, Jürgen. Und wiederum, für meine eigenen eigenen Räsen. Ja, das Erzveredlungsexperiment verläuft nach Plan. Es lässt sich relativ einfach veredeln, aber wir müssen noch ein paar Probleme lösen, um ein reines Erzzündung die Schrägpreisen herzustellen. Was heißt, ist es hier drin? Wahrscheinlich ja. Ups, ich wollte hier gar nicht reingehen, ich wollte mit der Person reden. Aber hier ist schon das Erz. Was ist hier, jemanden hat sich beschäftigt. Was machst du? Back off! Hey, relax. Was ist das Problem? Der Verkauf hat nie seine Kostöne. Warum, Alvin? Warum hast du mir lieb? Was hast du gedacht? Es ist nur ein Geschäft, Jürgen. Ich bin sorry. Wie kannst du das so kassierig machen? Luger! Stop! Warum, Alvin? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, hey. What's up? Listen, um zuvor. Ich bin sorry, was ich gesagt habe. Ich habe nie gedacht, dass ich dich nicht vertraue. Oh, das. Ich war ein bisschen ein Verrückter. Well, du bist genau falsch. Es ist wahr, dass ich lege, wie es kein Problem ist. Um, Alvin? Ich bin Angst, dass es so so geliehen. Ich bin sorry. Quit schuldigen. Sorry. It's okay. Anyway, I just wanted to say that. I didn't mean to interrupt. Alvin. It's easy when I'm just telling people what they want to hear. But when I try to get along for real, I'm pathetic. You got the do-gooder thing going on, too, huh? Guess I'll never escape getting pep talks from kids. Guess I'll just have to redeem myself the hard way. Through honest work. I don't have to hit it big from mining ore to make my business a success. I have an studio ausfütt. I have an studio ausfütt. An studio für so. Super strange, wie er sich verwandelt hat. Finde ich immer cool. Huh, hast du noch weniger von mir erwartet? Nee. Hä? Ja. Gut. Ähm, gucken. Gibt es noch irgendwo Story-Sachen? Oh, ja. Eine Menge. Und Schelden noch. Und hier. Was war da? Da oben war doch... Ich versuche mich zu erinnern. Die Eisstadt hier, wie hieß die nochmal, die wir eben besucht haben, war da. So, wer möchte was mit mir zu tun haben? Jude? Nein. Rune. Rune. Es freut mich. Ich mag dich. Rune Kapitel 2. Rowan's Geheimnis. Oh, das ist cool. Das wollte ich wissen. Rowan, du bist zurück. Lady Dracel hat mich über dich gefroert, dass du dich überrascht hast. Bitte. Begebe sie eine Besuchung, damit sie weiß, dass du okay bist. Warum, ich will nur so machen. Ah, Luger. Ich sollte wahrscheinlich das erklären. Ich habe damals zur Lady Dracel. Sie ist eine Heiress der Cheryl-Familie, die diese Stadt lange verurte. Ich war gerade die Manor-Familie, um mich zu erinnern. Um... Hey, wir wollen gehen. Ich möchte sie auch sehen. Sie sollten mit uns kommen. Um... Ja. Ja. Entschuldigung, einen Moment. Ich muss auf diese Texte reagieren. Schau dir die Finger fliehen! Entschuldigung. Entschuldigung. Ich versuche euch, wir können die Frau Dracel komplett vertrauen. Regardless von deiner Nationalität, weiß ich, dass sie dich mit öfteren Armen willkommen willkommen. Dracel ist mein bester Freund in der ganzen Welt. Sie arbeitet wirklich hart. Und sie ist super nett. Seid ihr gerne Geiros mit dabei? Danke. Nichts wichtig. Es dauert aber nur einen Moment. Er ist sicher in der Zeit. Was ist der alte Beard? Was ist das? Lassen Sie sich, Rowan, ohne jemanden zu erzählen. Und manchmal kommt er wieder verletzt. Wir können immer Dracel besuchen. Ich denke, wir sollten nach Rowan folgen. Lassen Sie sich. Er ging nach den Kolmar-Trail. Und hinterher spionieren. Oha. Luger, ich wünsche, dass du vorgegangen bist, wie ich gefragt habe. Ich werde das morgen fühlen, aber keine Konsequenzen zu fühlen. Danke. Diese Leute haben dich verletzt? Aber warum? Sie sind von einer Gruppe von Extremisten, die die Frieden zwischen ihren Elmen entdecken. Sie sind nicht besonders stolz von mir. Ich habe die Möglichkeit, unsere politischen Unterschiede zu lösen. Natürlich mit ihrer Anwaltung. Natürlich. Ähm. Ich meine das. Ja. Ja. Ich habe die Anwaltung. Ich habe noch ein paar Berichte. Ich habe meine Anwaltung. Wenn es nicht Marcia. Marcia, die Chancellor? Sie sind zwei Pen Pals? Ja. Ich habe sie nach dem letzten Frags von Dimension. Ich bin froh, dass wir jetzt gerne verletzen, von Zeit zu Zeit. Ganz schön haffiniert her. Nehmen wir das. Ich bin froh, dass wir in der Zeit verletzen sind. Wir sprechen nur die Arbeit von Bradbury und so. Charme. Also, was sagt die Message? Ich werde es ausprobieren. Ich werde es ausprobieren. Wir bekommen die Anwaltungen, dass Olympischen Extremisten, um eine Anwaltung auf deine Leben zu machen. Bitte reagieren Sie mit Ihren Anwaltungen. Ich mache alles, was ich kann, um Hilfe zu helfen. Du bist sicher, Herr Unpopulärität. Warte, aber Hilfe ist auf der Weg, richtig? Keine Hilfe werden. Ich habe ihre Anwaltungen verletzt. Sie verletzt? Was? Sie sind verrückt? Ich weiß, dass sie gut bedeutet. Und für das bin ich sehr dankbar. Aber ich weiss, dass die Anwaltungen der Frieden die Situation der diplomatischen Prozess verletzt werden. Deshalb werde ich das selbst behandeln. Sind wir hier nicht? Dinge sind zu schnell. Ja, ist gut so. Was meinst du mit? Mit welcher Stimme meinst du? Welche Stimme? Wer sind sie? Sie sahen sie jeden Tag. Sie sind in Wälder. Sie sind jeden Tag? Ich werde es jeden Tag geben. Sie sind tot. Ich bin Onlyamer dich verletzt. Ich glaube, der Hammer wird nicht verletzt. Dieser Cred Devot! Warum ist das passiert? Entschuldigung, dass ihr alle involviert habt. Es ist okay. Wir sind nur schrecklich, dass du das von uns hast. Es scheint, dass wir alle es geschafft haben. Das war schrecklich. Danke. Chancellor Marcia. Was heißt das? Was heißt das? Part of me wants to call you a fool, but I know that's not true. I had the same concerns as you. Be safe, Rowan. I look forward to sitting opposite each other at the next diplomatic conference. P.S. You're a most impressive man. As is this King Gaius you so honorably serve. It sounds like you've really gotten the Chancellor to trust you and Gaius. How I wish I could believe that. Um. 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 You Mendэs. Let me know who is. Same here. You worked so hard. The wide spread joy is a greater joy for all. I know you can do it. Thank you. Everyone. Now. I do believe we are late for a appointment for the lady to sell. Wir müssen sie nicht warten. Wie hast du das Gefühl, dass wir uns folgen sind? Oh, oh, das ist ein Weg in den Park. Du bist 20 Jahre alt, ist das richtig? Es gibt etwas, was ich möchte dir haben. Ich liebe diesen Buch absolut, als ich deine Zeit habe. Es ist mein Weg, dich zu bedanken, dass du diesen alten Geyser immer wieder helfen kannst. Und ich weiß, dass du es zu gutem Gehäuse bringen kannst.